Willkommen zu meinem Video und heute gibt es eine neue SBC und zwar Zauber der Hexe. Es ist eine sehr sehr gute SBC aus dem Grund, weil wir bekommen ein 35k Pack und ich sag mal 35k Pack ist echt ziemlich krass, weil ich habe dafür die SBC glaube ich 2000 gezahlt. Ich weiß jetzt nicht was genau diese ganzen Spieler kosten, die meisten habe ich auf Erstbesitzer. Ihr könnt die SBC aber auch 1 zu 1 nachkaufen und ja, ihr werdet auch auf genug Chemie kommen. Und natürlich gleich nach der Lösung gibt es auch einmal das Pack. Könnt ihr sehen was bei mir gekommen ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Pack, also die SBC, ich würde jedem empfehlen die SBC nachzubauen. Wie gesagt die SBC ist nicht die billigste, aber es gibt einen 35k Pack, deswegen würde ich sie auf jeden Fall machen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich den Spieler schon gezeigt habe, zeige ich ihn einfach nochmal. Ich glaube, ich habe ihn nicht gezeigt. Jetzt habe ich aber alle gezeigt. So, wir können mit ihm absenden. Und mal gucken, was wir bekommen. Das ist auf jeden Fall wie gesagt eine sehr gute SBC. Einfach machen. Mal gucken, vielleicht habe ich Lack, vielleicht habe ich auch nicht Lack. Ist immerhin ein 35k Pack. Wir haben einen Schlitz. Okay, leider kein Walker. Okay, es ist nichts Gutes. Immerhin. Ich sehe sonst noch irgendwas drin. Okay, hier ist bei meinem Fall ist jetzt hier nichts drin. Aber wie gesagt, das ist 35k Pack. Ich würde es auf jeden Fall machen. Chancen sind immer noch da. Ist hier hinten noch irgendwas. Ah, okay, noch einige Spieler hier hinten. Können wir sagen, das war es auf dem Video. Haut rein und ciao.